Willkommen zurück zu Kessler Crash. Ich kann auch das hin, das ist gut. Versuch eine Schlacht machen. Let's begin. Jetzt ist es schon wieder so ein Plumpet. Ich kann nichts setzen, hallo. Ich müsste einen Tornado setzen, sonst kann ich die Drohade nicht setzen. So, jetzt geht's. Wo ist jetzt ein Golem? Okay. Hier ist ein Ohrkerkrieger. Skelett haben wir... Ja. Zack, Inferno. Okay. Komm. Komm. Ja. So, ich bin hier. Komm. 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 Jawohl. Jawohl. Okay. Okay. Ja. Und? Eigentlich müsste ich dieses Spiel gewinnen. Ich hoffe es mal. Aktuell müsste ich es gewinnen. Wenn es wieder nach Planverläufe läuft, aber man sieht jetzt, sieht es wieder weniger gut für mich aus. Komm. Komm. Jawohl. Komm. 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 Jawohl. Jetzt haben wir dich. Haben wir dich você da hinten setzen? Gut, gut, ich kann zwar noch was erzählen. Das war echt schön dort in der Altstadt und in der Landtagstitel drinnen. Und das haben wir uns angeguckt. Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei einer neuen Völde Kessel Crush. Tschüss.